Hallo, wir sind heute in Vellm. Ich zeige euch ein sehr schönes Eckreihenhaus im Landhausstil. Das Haus hat vier Zimmer, über 100 Quadratmeter Garten und mein persönliches Highlight die Outdoor Küche. Los geht's! Brot, Pizza, Spannferkel oder Schweinsbraten. Hier kann alles zubereitet werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Brot, Pizza, Spannung. 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 Ich freue mich, wenn euch die Tour gefallen hat. Hexe und ich sind schon gespannt, wer ihre Nachfolger sein werden. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!